Ok, was? Aua! Ich hab mich'n gehauen, du scheiß Spinne! Heyo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft die Gefährten mit Tempster! Hallo! Und, äh, ja, wie wir hierher gekommen sind und alles weitere auf jeden Fall in der letzten Folge! Bye! Tommy the Man! Komm, jetzt haben wir's! Jetzt haben wir's! Wow! Fuck, 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 fuck! Komm, das kriegen wir's! Nein! Withered away! Withered away! Was heißt das? Ich bin weggewithered, keine Ahnung! Wo bist du? Bist du tot? Äh, ich bin bei den Betten, aber ich hab mein Inventar, da wir die Game Rule auf Keep Inventory haben. Alter! Ich komm' jetzt wieder zur, äh, unterirdischen Stadt gelaufen! Die haben wir nämlich in der letzten Folge gefunden! Könnt ihr, äh, euch bei Tempster angucken! Wenn ihr's nicht verpassen wollt! Ist megageil! Und, ja, ich kann nicht wirklich, äh, sprinten und springen gleichzeitig! Das find' ich mega doof! Ja! Äh, wir haben uns auch Chocobos gezähmt! Äh, könnt ihr euch, wie gesagt, alles bei, äh, Thomas rein klubschen! Äh, ja! Und da stehen sie übrigens! Ich weiß jetzt nicht, welches meiner ist und welches seiner, aber YOLO! Äh, jetzt hier rein! Wir haben übrigens auch ein neues NPC-Dorf gefunden, in dem wir noch nicht waren! Was wir aber, denke ich, diese Folge noch machen werden! Oder? Ja! Ja! Ich will am liebsten raus! Haha! Warte! Wir haben aber krasse Items bekommen von nem Skelettmann! Ja! Übel! Echt? Was? Hast du's gekillt, das Skelett? Ja! Ähm, Iron Chestplate, Protection, Projectile Protection 2, also eben gegen Schüsse! Dann imbued Armor 3! Und dann ein Chain Helmet mit Respiration 1! Nice! Also, ziemlich geil an sich! Woah! Oh! Komm mal mit! Wo bist du? Du siehst eh meinen Namen! Irgendwo! Ah, da! Warte! Ich komme! Ich geh jetzt mal in so'n Obergeschoss! Guck mal, ob's hier irgendwo Kisten gibt! Dann geh ich auch mal eins! Woah! Da ist dieses Ohr, das ich für die Essenz brauch! Echt? Ja, ich glaub, das ist es! Dieses, äh, Lilane da! Dieses, äh, Cyrythium Dust oder sowas in der Art! Keine Ahnung! Ja! Das ist es! Damit können wir Hot Bronze irgendwie machen! Und das ist geil! Also, wenn du das findest oder irgendwo siehst, sag Bescheid! Also, wie sieht's aus? Lila! 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 Okay! Lila! Und halt, ja! Lila! Woah! Fuck! Alter, guck mal, da hinten Zombies und so! Ich bin mir irgendwie sicher, dass es hier irgendwo einen Loot-Raum gibt oder sowas in der Art! Ich müsste da jetzt von grad einen Screenshot machen, das sieht so geil aus! Ja? Übel! Nice! Zack! Zack! Fuck! Ich kann mit der Rüstung nicht springen! Woah! Ja, gibt's hier nicht sowas wie eine Schatzkammer oder so? Ja, das, das meine ich, irgendwo muss es doch irgendwas geben! Deswegen bin ich dafür, dass wir uns noch... Hier die Villager, ey! Da gibt's Unmengen, es gibt sogar Spawner von Villagern und die handeln hier, äh, ja, richtig gute Sachen, magische Sachen, ne? Äh, wenn ihr da irgendwie Bescheid wisst und so über diese Mod, dann werden wir euch sehr dankbar, wenn ihr so mal sagt, Hallo! Ich bin Boss, ich weiß Bescheid! Äh, hör mal her, mach das so! Ja, was? Ich hab mich eingebaut, also ich bin runtergefallen! Äh, und jetzt? Das war lustig! Creeper! Creepermann! Der Creepermann! So... Geh weg! Geh weg! Also hier scheint es tatsächlich keine Schatzkammer zu geben! Oh, hier ist so ein Nekromant! Ey, ohne Witz, wir müssen uns mit dem im Dorf anfreunden, dann können wir, äh, uns Helfer beschwören! So Zeug! Da weiß ich zwar nicht genau, wie das geht, aber es geht, haben die Leute mir in den Kommentaren geschrieben! Das ist halt schon verdammt geil, gell! Ja! Äh, wow! Aua! Okay, ähm, wollen wir vielleicht erstmal wieder rausgehen und... weil ich bin mir einfach... Wow! Wow! So ein Spacko! Guck mal, wo ich bin! Guck mal, wo ich bin! Alter, das war so knapp! Was ist denn das für einer? Bin ich der Lava einfach mal entronnen? Da! 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 Der rennt weg! Alter! Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Oh man, ey! Was hast du? Cape Spider-Legg! Ich bin... Ich fall runter, Creeper explodiert und boxt mich ne Schlucht runter! Autsch! Aber ich leb noch! Oh, Creeper schnell weg, der hat mich nicht gesehen! Oha! War da ne Kiste? Ne! Ja, das find ich auch schade, dass es hier keine Kisten gibt oder so irgendwas! Ja, es ist halt eher so ein Zentrum zum Handeln, hab ich so das Gefühl! Hab ich, glaub ich auch irgendwie! Der, der Schwarzmarkt unter der Erde! Genau! Ähm, so, wo war denn der Ausgang jetzt? So warte, hier bist du, wir müssen hier lang! Ähm, Alter, wir brauchen demnächst was zum Essen, ich hab fast nichts mehr! Ich hab... Mach dich keine Sorgen! Mach dich keine Sorgen, Basti wird's besorgen! Junge! Wird's dir besorgen? Oh nein! Wow! 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 Scheiße! Wow! Das war ein Des von Aslack! Wir müssen hier irgendwo wieder rauskommen! Wow! Jawoll! Ja, das müsste der richtige Weg sein! Scheiße! Da! Radzombie auf Boating! Ah! Haus kaputt! Junge! Okay! Irgendwo hier muss doch jetzt der Ausgang sein! Ähm, ich meine... Da müsste jetzt dann gleich... Kommen! Was nicht... Da! Ich weiß wo! Komm! Warte kurz, warte kurz! Ich will da kurz hin! Lass mich da mal kurz hinschauen, bitte! Ja, geh da! Geh doch! Ups! Was ist? Ich glaube, ich habe den Enderman angeguckt! So... Äh... Bau dich hier hoch! Wow! Hey! Dieses Gelände! Fuck! Fuck! Fuck it! Was ist? Der Enderman will mich ficken! Komm her, dann ficke ich ihn! Ne, er ist tot! Ah, gut! Und jetzt komm! Ja, ich komme! Unsere Chocobos machen sich schon Sorgen! Bestimmt! Die denken, hey, wo sind denn der Basti und der Thomas? Oder wo der? Die chillen unter der Erde, ohne uns, ey! Oder sie denken, ja, endlich weg! So, wo seid ihr denn? So, da sind sie... Ich weiß nicht, wie... Das ist, glaube ich, meiner. Keine Ahnung. Ist doch egal, welcher, welcher ist. So, dann lass mal... Oh! Warte mal! Nein, lass die Chocobos hier parken! Äh... Und lass uns das Dorf von der Ferne analysieren! Weil, guck mal! Sehst du den Turm da hinten? Äh... Ja! Sehst du, dass da jemand draufsteht? Stimmt! Da ist ne Kanone! Das ist ne Kanone! Und die hat's, glaube ich, in sich! Hier sind Pilze! So ein bisschen, äh... Chillen! Aber ihr könnt euch, äh, mal nen Name aussuchen! Oder... Wow! Die schießen jetzt schon auf uns! Echt? Merke ich nicht! Die kommen nicht so weit! Fuck! Oh, oh! Ah, der kann eh nix! Äh! Der hat ne Diamantrüstung und du sagst, der kann nix! Der hat nicht viel Leben! Wow! Ich sammle mal das Gusales bisschen ein! Jaaa! Okay, jetzt glaube ich mit drauf! So, warte! Lass mal hier eindringen! Oh, was ist so? Ähm, ich hab jetzt grad mal den Loot bekommen! Hier, Obsidian Board, Bronzepan, Iron Sword Blade und noch irgendwas! Warte mal! Das, was ich nicht brauche! Ähm, der hat ein Diamantschwert nochmal gedroppt! Nice! Voll krass, was wir für Sachen bekommen! Alter! Was ist? Alter! Komm mal her! Hier sind lauter Sachen, um Waffen herzustellen! In dem Ding! Ja, hab ich auch gerade! What?! Sammel mal! Hast du Platz? Nein! Kannst du es einsammeln? Aber, äh, ich geh mal zum Brunnen und setz mir einen Marker! Jo, wo, 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 wo! Hier ist ne Schmiede! Da ist ein Diamant! Und ein Eisenschwert! Das werden wir alles nicht mitnehmen, ey! Wir können uns hier ein neues Lager dann, äh, machen! Also mit unserem Banner! Warte mal! Gibt es hier keinen Grund oder sowas in der Art? Ja, ich hocke gerade alles raus, was ich nicht brauche! Das Dorf ist mini! Da ist auch ein Friedhof! Okay, ich setze jetzt einfach mal, äh, auf dem Friedhof setze ich mir mal M! Ah ne, jetzt kann ich ja sowieso hier variieren! Dann mache ich einfach mal da! Ja! Das will ich nach da setzen! Äh, ich nenne das jetzt, äh, Dorf X! Und ihr schreibt Namen in die Kommentare! So! Kann ich? Kann ich das nicht? Wir schauen mal ein bisschen weiter, ne? Ich kann die Farbe da nicht ändern! Das ist doof! Ähm, Trail, Texture, Size, äh, Draw, Cord... Hä? Keine Ahnung! Warum kann ich das nicht ändern? Ich habe hier zwei Punkte! Es wäre cool, wenn ich da jetzt die Farbe ändern könnte! Aber aus irgendeinem Grund kann ich das nicht! Hallo! Da ist der Nekromant! Hier sind noch mehr so Teile von... Wo, ähm, ich sammle die gerade! Welche Teile? Also ich habe mein Inventar jetzt relativ weit leer gemacht, damit ich Sachen aufnehmen kann! Da drin! In dem Koppelhaus! Okay, wart! Aua! Ich habe mich ein Gehauen, du Scheißspinne! So! Ah, okay, was ihr noch machen wolltet! Hier! Da sind auch Teile! Ein Witch-Arm! Das brauchen wir nicht! Das sind wohl die Leidenschänder! Ne, das würde ich jetzt auch nicht machen! Ich nehme erstmal die Waffenteile jetzt hauptsächlich mit! Ja, würde ich auch sagen! Ich meine, wir können ja immer wieder hierher kommen! Ja! Alter! Ich sehe auf der Karte eine Mauer! Eine Mauer! Eine Mauer? Da hinten! Das ist die chinesische Mauer! Da hinten rechts habe ich die Mauer gefunden! Komm her! Ähm! Moment! Geil! Die Mauer, die grenzt ein Gebiet ab! Nice! Hinten rechts! Hinten rechts! Äh! Welche Himmelsrichtung auf der Karte? Okay! So! Da hinten! Ach, sind wir schon so weit! Da wo jetzt die Sonne aufgeht! Da wo jetzt die Sonne aufgeht! Wir verlassen unser Reich! Wie soll! Wie soll! Du den Loot da nimmst? Ähm! Ja! Relativ weit versuche ich alles aufzunehmen! Ähm! Ich werde mir jetzt mal kurz noch meinen Apfel in die Fresse hauen! Und ich ziehe mir das hier noch rein! Dann können wir nämlich in der nächsten Folge in die Festung gehen, die dann bei dir ist! Was? Brauchst du noch ein Gearschwert? Warte! Wie weit ist denn deins? Wow! 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 Wir haben hier mega viel Zauberzeug! Ah! Hey! Sehr geil! Alles mitnehmen! Ja! Mein Inventar ist voll! Äh! Pass auf! Das hier brauche ich nicht! Lass dich mal kurz gucken! Den brauche ich nicht! Ähm! Das hier brauche ich nicht! Das da mache ich weg! Gut! Dann nehme ich jetzt mal die hier mit! Creation! Earth Essence! Mitnehmen! Güsserl brauche ich jetzt nicht! Arcan Essence! Dann hole ich mir das dann noch! So! Ich habe alles Zauberzeug mitgenommen! Ähm! Ich werde mir das jetzt mal angucken! So! Rechtsklick! You mind cannot make! Wow! Wow! Tuff wartet! Äh! Thomas! Guck mal! Zu dem hauen! Haus in der ich reingegangen bin! Weges bist du rein! Steht da ein Endergolem! Ja! Ist der Böse auf mich! Wo ist er denn? Hm! Das weiß ich nicht! Lol! Hier sind Fahrländer! What! Ich komme mal den Klopfen mal noch schnell! Oder? Hier sind Fahrländer! Alter ist das geil! Oh! Ist das geil! Wo ist er denn hin? Weiß nicht! Warte! Chill! 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 Ich habe ihn! Ich sehe ihn! Wow! Der hat mega! Bam! Überlebt er nicht! Aua! Hörst du hauen! Jo! Der ist weg vom Fenster! Scheiß Assack! Guck mal was er getroppt hat! Ich kann es nicht aufnehmen! Da liegt was! Wo? Hinter dir! Da! Super! Ähm! Ein Ender Golem Horn! Nice! Von Gildo Horn! Äh! Wo habe ich das jetzt hingelegt? Hier ist ein Braustand! Den haben wir aber eh glaube ich bei uns oder? Ja! Braustand haben wir schon! Fuck! Okay! Ähm! Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir jetzt dann machen können! Ein goldener Apfel! Wow! Brauchst du noch irgendwas aus... Alter! Die Tropenrüstung! Was ist das für Rüstung? Äh! Super genau! Das was ich brauche... Brauchst du noch irgendwas aus Ketten? Lol! Warte mal! Ja oder nein? Helm? Schuhe? Nö! Rüstung? Den ähm... Typseln da bekommen! Alright! Ich würde jetzt sagen, dass ich die Folge hier beende! Ich beende die Folge hier! Okay! Und dann gehen wir nämlich jetzt in der Folge, die morgen bei Thomas kommt, in diese Festung mit den Kanonen, die gerade auf mich schießen! Und bis dann! Tschau! Tschüss! Oh mein Gott! Was da los? Der Typ hat das Video zu Ende geschaut! Gross! Hat er auch bewertet und kommentiert? Ich glaube nicht! Ist bestimmt so Lappen wie alle anderen! Sooo! Aber dann hat der Lappen ja gehört, was er machen soll! Was da los? Neument! Das war dann sehr کر! Und kam dann zurück! An all delle fünf! Na gut! Vielen Dank.